Das Angebot von INSIGHT umfasst alle Lebensbereiche. INSIGHT Interventions ist ein Unternehmen, was sich um die mentale Gesundheit von Mitarbeitenden kümmert. Und die mentale Gesundheit umfasst alle Fälle, alle Probleme, alle Fragestellungen des Lebens. Das fängt bei Kinderwunsch, Kinderplatzvermittlung, Kita-Platzvermittlung an. Das geht über mentale Probleme, vielleicht auch mentale Probleme am Arbeitsplatz. Es geht hin bis zu Konflikten, Stress, aber auch genau solche Themen wie Sucht oder Insolvenzen sind ein großes Thema, die die Mitarbeitenden belasten können. Genauso wie die Angehörigen, die pflegebedürftig sind und eine neue Situation kommt auf die Mitarbeitenden zu. All in diesen Bereichen unterstützen und beraten wir. Die Arbeitgeber bieten solche Programme an, weil sie natürlich ihre Mitarbeitenden unterstützen wollen, weil sie vor Krankheiten vorbeugen wollen, weil sie Mitarbeiter wertschätzen und schnelle Hilfe anbieten wollen. Die Mitarbeiter im Unternehmen erreichen uns über die Seite mein.erp.de. Im Fall von Asklepios auch direkt über die Intranet-Seite Ask Me. Sie nehmen dann Kontakt auf über den Weg, den sie bevorzugen, ob per E-Mail, per Chat, per Telefon. Sie landen dann im Case-Management bei uns, können sich auch komplett anonym melden und wir finden die richtige Beratung für sie.